Hi! Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man Bilder in einem WordPress-Theme einbindet, ohne dass man Probleme damit bekommt. Folgendes Problem, ich habe hier oben ein Bild eingebaut und sehe aber nur dieses Symbol, dass er das Bild nicht finden kann. Ich erkläre euch mal, warum das so ist und wie ihr das lösen könnt. Ihr geht über ein FTP-Programm auf euren Surfer in WP-Content, dann in die Themes, in das aktuelle Theme, in dem ihr ein Bild einbinden wollt, geht in den Ordner Images, kopiert hier euer Bild rein, das ihr benutzen möchtet. Wenn ihr das reinkopiert habt, geht ihr in den Ordner zurück und öffnet die Datei header.php. Die öffnet ihr in einem Editor und jetzt seht ihr hier diese Zeile. Ich habe hier vorne einen Hyperlink vorgesetzt, vor das Bild, dass er, wenn ich auf das Bild draufklicke, auch irgendwo hingeht. Und hier habe ich meinen Image Source und ich weiß aber gar nicht genau den Pfad. Also muss ich raten, ich kann jetzt machen WP-Content, Slash-Theme, Slash-Name-Meines-Theme, Slash-Images und dann Slash-QH-Logo.png. Ich kann aber auch WordPress das Bild selber finden lassen. Das heißt, ich kann WordPress dazu veranlassen, in meinem Themes-Images-Ordner nach diesem Bild zu suchen. Ist sehr interessant, wenn ihr mal das Theme wechseln solltet, bräuchte ihr bloß die Bilder rüber kopieren und dann würde ich sie trotzdem noch finden. Wie funktioniert das Ganze? Es gibt also folgenden Befehl, Image Source, dann ruft ihr einen PHP-Befehl auf, Block Info, Klammer auf, Parent the Open, Template-Directorie, wieder den Oberstrich, Klammer zu, Semikolon und den PHP-Befehl abschließen. Was passiert hier? Er sagt, hol dir die Block Infos und zwar, wo ist der Template-Ordner? Und in diesem aktuellen Template-Ordner ist also immer der, der auch wirklich aktiviert ist. Wenn ihr also 10 Templates habt, spielt es keine Rolle, dass das hier aktiviert, in dem wird nach den Images gesucht. Der sucht hier also praktisch dynamisch nach diesem Bild. Ich baue das jetzt hier also ein, ich ersetze diesen Code, speichere das Ganze ab und mache jetzt mal einen Reload auf meiner Homepage. Und gleich werdet ihr sehen, der sucht in dem Images-Ordner von meinem aktuellen Template und findet auch dieses Bild. Diese Funktion, diese PHP-Block Info könnt ihr übrigens im gesamten WordPress verwenden. Ihr solltet dann immer sehen, dass ihr immer das Ganze dynamisch entwickelt. Mal hier oben ein Beispiel für ein RSS-Feed, genau das gleiche wieder, PHP-Block Info und dann kommt hier wieder ein Befehl rein. Hier unten genau das gleiche, PHP-Block Info, dann habt ihr wieder ein Ping-Block-URL. Also einfach mal die Dokumentation für WordPress-Block Info raussuchen. Und da gibt es also diverse Funktionen, die man mit der Blog Info verwenden kann. Wir haben hier ein Usage, das heißt PHP-Block Info, Show und dann habt ihr hier Name, Description, Admin-Mail, URL, WP-URL, also die WordPress-URL zum Beispiel, das Style-Sheet-Directory, Directory. Es gibt also viele interessante Befehle, die ihr mit Blog Info einbauen könnt, dynamisch einbauen könnt in euer WordPress-Theme. Das war es mit diesem kleinen Tutorial. Ich hoffe, es war interessant für euch und es hat euch etwas mehr Verständnis über die Vorgehensweise in WordPress gegeben. Ich freue mich, wenn ich euch helfen konnte und wir sehen uns wieder bei www.rotoli.de. Und dann kommt die Vorgehensweise in WordPress-Block Info.